Dieses Video wird gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen von Neustart Kultur. Musik sagt mehr als tausend Worte. Mit dem Videoprojekt Sags mit Bach möchte ich ein bisschen den Duft unserer Zeit einfangen. Und mit Hilfe der wunderbaren Musik Johann Sebastian Bachs das Geschehen um mich herum kommentieren. Bachs Musik liegt mir schon lange sehr am Herzen, weil ich immer empfunden habe, dass es bei ihm Musik für jede Lage oder Lebenssituation gibt. Für weitere Informationen schauen Sie doch einfach mal auf www.robertreicheneck.de vorbei und natürlich finden Sie mich auch auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020